Heute bauen wir einen Wasserpark. Mit dem U-Boot inspizieren wir zuerst den Meeresgrund. Das sieht gut aus. Hier können wir mit dem Bausch starten. Zuerst werden die Stelzen gesetzt. Zuerst werden die Stelzen gesetzt. Perfekt, das hält. Als nächstes wird das Grundgerüst erstellt. Dieses Schiff installiert jetzt die großen Wasserpumpen. Dafür wird ein großer Kran benötigt. Dieses Schiff installiert jetzt eine große Plattform. Das passt. Und jetzt noch das zweite Teil. Schau mal, jetzt wird eine Überdachung gebaut. Sie sieht aus wie eine Krake. Dieses Schiff transportiert die Stelzen für die Rutsche. Schau mal, jetzt werden sie aufgebaut. Wow, das ist ja ein Doppelkranboot. Jetzt werden die Rutschen installiert. Mal sehen, was dieses Schiff jetzt macht. Ah, es installiert noch mehr Rutschen. Perfekt, das sieht klasse aus. Dieses große Schiff transportiert aufblasbare Deko. So, jetzt noch aufblasen. Cool, eine Schildkröte und zwei Palmen. Dieses Schiff kann einen Taucher hinablassen. Und abwärts. Der Taucher schaltet nun die Pumpen ein. Gut gemacht. Zurück aufs Boot. Dieses Schiff baut noch einen Turm für den Rettungsschwimmer auf. Da kommt auch schon das Material. Und abladen. Super. Hier findet der Bademeister seinen Platz. Dieses Boot grenzt jetzt noch den Schwimmbereich ein. Das machen wir mit Hilfe von Bojen. Super. Jetzt ist der Wasserpark fertig. Zum Schluss kannst du dir nochmal alle Boote ansehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Beckett Kids. Bis zum nächsten Mal.